Hey Leute, Wolfgang hier. Was macht man am Freitagabend, wenn nichts mehr im Fernsehen kommt? Dann schaut mal, was sich bei TYPO3 so Neues tut. Und ich habe gerade gesehen bei Twitter, dass da ein neues Feature gemerged wurde. Und zwar gibt es ein paar Änderungen, ein paar Neuerungen im Install Tool. Und das habe ich mir mal angeguckt und wollte es euch zeigen. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach kurz dran. Bis gleich. So, hallo Leute, Wolfgang hier. Ja, was macht man am Freitagabend? Mal gucken, was es bei TYPO3 Neues gibt. Und ich habe auf Twitter gesehen, dass da ein neues Feature gemerged wurde. Und zwar gibt es ein paar Änderungen im Install Tool. Habe ich mir dann gleich mal angeguckt im aktuellen Master und finde das gar nicht mal so übel. Und habe gedacht, das nehme ich mal kurz auf und zeige es euch. Und zwar gibt es jetzt hier bei den Admin Tools vier neue Bereiche. Maintenance, Settings, Upgrade und Environment. Und das ist eigentlich das Install Tool, was man bisher kennt. Wenn wir da mal reingehen, gerade in den Maintenance-Bereich, dann sehen wir hier jetzt verschiedene Buttons eigentlich. Die All Cache. Das ist dann das, was man aus TYPO3.8 auch schon kennt. Clear All Caches, including PHP Upcode Cache und so weiter. Man kann hier ein bisschen aufräumen. Also das ist soweit nichts Neues. Die Optik ist jetzt halt ein bisschen anders. Und von der Usability finde ich es auch nicht schlecht, da manche Aktionen sofort ausgeführt werden, wenn ich hier draufklicke. Hat man jetzt vielleicht gerade gesehen bei dem Database Analyzer. Ich kann es vielleicht nochmal zeigen. Na gut, hat er jetzt hier schon gemacht. Aber ich glaube, man sieht es auch noch in anderen Bereichen. In den Settings. Da finden wir hier halt ein Install Tool. Passwortänderung und so weiter. Hier, das ist dann das, was man bisher aus All Configuration kennt. Ist jetzt hier in diesen Global Settings verborgen. Die Presets kennt man soweit auch schon aus den älteren Versionen. Der Upgrade-Bereich. Core-Update, sofern unterstützt der Upgrade-Wizard. Da sehe ich auch, das wird jetzt sofort ausgeführt, sobald ich es anklicke. Und hier hat er jetzt sogar was, obwohl das eine ganz frische Installation ist. Aber ja, lassen wir es halt mal ausführen. Perform Updates. Ja, okay. Hat wohl funktioniert. Die Upgrade-Documentation. Das hieß in der 8. Version, ich glaube noch, Upgrade-Analysis. Jetzt heißt es Documentation. Ja, trifft es auch besser von der Bezeichnung her, vom Naming her. Und bei Environment haben wir hier die Systeminformationen. Kennt man soweit. Folder Structure. Environment Check. Das ist auch nichts Neues. Image Processing. Genau, das ist auch ein bisschen besser. Da werden sofort, sobald ich das jetzt hier auswähle, alle Bildertests hier durchgeführt. True Type. Hier das Konvertieren von Bildformaten. Also alles, was man bisher einzeln anklicken musste, wird jetzt hier sofort ausgeführt. Das ist natürlich von der Usability her saumäßig gut. Das hier liegt jetzt an meiner lokalen Installation. Ich habe das hier nicht eingerichtet, dass ich hier PDF und Illustrator-Dokumente lesen kann. Aber ansonsten, ja, das gefällt mir ziemlich gut. Scheint alles soweit zu funktionieren. Was haben wir hier noch? Current Configuration. Okay, kann man sich anschauen. Ja, das sind die generellen Hinweise. Und das Ganze halt hier übers Backend. Ich bin jetzt also hier im normalen Backend. Aber man kann natürlich auch auf sein Install Tool weiterhin direkt zugreifen. Ich kann euch auch mal zeigen kurz. Das sieht jetzt dann halt auch so aus, dass ich hier diese vier Bereiche habe. Was kann ich hier machen? Nichts. Okay. Ich bin auch gerade noch ein bisschen am rumprobieren. Aber gefällt mir alles sehr gut. Also in der 9er tut sich einiges. Bin mal gespannt, ob es von der Optik her so bleibt. Oder ob es noch Anpassungen gibt. Aber ich wollte euch einfach mal kurz zeigen. Gefällt mir ziemlich gut. Ja, schauen wir mal, was bei der 9er sich noch so tut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr mal andere Sachen noch sehen wollt, hier auf meinem Kanal, einfach hier in den Kommentaren vielleicht einfach dazu schreiben. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.